Tagesordnungspunkt 30. Einstimmigkeit ist auch im nächsten Tagesordnungspunkt zu erwarten. Im Umweltausschuss des Nationalrats setzen alle fünf Parlamentsparteien ein klares Zeichen gegen Atomkraft. In einem gemeinsamen Entschließungsantrag unterstützen sie die Haltung der Regierung, dass Nuklearenergie nicht als nachhaltige und damit förderbare Energieform zu sehen ist. Ein FPÖ-Antrag mit gleicher Zielrichtung wurde mit der Annahme dieser Entschließung gleich mit erledigt.